Wenn ich euch nicht lesen kann, Leute, dann tut's mir leid. Auf wen warten wir denn hier? Ah ja. Schnell! So. Ähm, mein Monitor ist out of range. Was bedeutet dies? Ich warte noch. Echt? Ja. Seid ihr alle drin, bis auf Anja? Ich bin drin, ja. Ich bin auch drin. Bei mir baut's. Ihr seid die beiden, die nicht drin seid, weil wir fangen nämlich schon längst an. Aber, und, steht ihr mit drin? Ja. Bin drin. Oh, Gott sei Dank. Ja. Leute, ich kann den Chat nicht lesen, ich weiß nicht, was mit meinem zweiten Honi tut. Toll. Weil sie immer noch das Bild, wenn sie in Blumen ist. Oh, ja stimmt. Das auch noch. Moment! Ah, ihr seid wieder da. Moment. Oh je, entschuldigt bitte. Also, ich... Wie, jetzt spiele ich von oben nach unten, das hatte ich ja noch nie. Was? Wer spielt von oben nach unten? Ich. Das finde ich ein bisschen schade, dass man die Kamera nicht drehen kann. Ja. Ja. Das stimmt. Ui, das brauchen wir. Ah, ich seh euch, ich seh euch. Was? Was? Nein, also ich seh den Tett. Ähm. Äh, die muss man doch nicht auspacken. Ja, die sind einfach da. Aber wenn sie aus Österreich kommt, wäre noch interessant, aus welcher Ecke. Man fragt, aus welcher Ecke du kommst. Oberösterreich. 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 Wenn ihr ihn im Sandwichverfahren penetriert, dann... ...dass er noch wund ist. Äh, es ist nicht nach 22 Uhr wollte ich nochmal anmelden. Ohne Worte. Ach Leute, ihr macht mir schwach. Oh, Mann. Oh, herrlich. Ich dachte immer, ich bin schlimm. Nein, komm in meinem Chat. Da fehlt die Erziehung. Was? Oh, das sieht gut aus. Alter. Oh, shit. Das war's. Das ist ja gemein. Alex, der Marvin klopft. Das kämpft dir jetzt recht, dass ich jetzt gehe. Ja. Geh mal, Alex. Los. Los, Alex. Los. Schnell drei Armee-Typen gemacht und gestürmt. Ich bin kein Arsch. Das ist der Kater. Ähm, der Mann liegt also oben. Also kartentechnisch gesehen nicht, was ihr denkt. Was? Die Österreicherinnen haben eine sexy Stimme, soll ich sagen. Dankeschön. Oh, Graf Pyro, das ist ja fast eine Nachbarin von mir. Passt halt. Fast. Versteck meine Ohren. Ah, hallo Bronco. Sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Und? Wieder fit? Oder wieder was gemacht? Das wüsste ich auch gern silbern, worauf ich mich hier eingelassen habe. Auf Sandwich. Auf Penetration. Ach guck mal, kennt ihr die noch? Hey, es ist nach 10 Uhr. Okay, 10 Uhr vormittags. Aber irgendwo ist bestimmt schon nach 22. Ja, steht. Alles klar. Und ich soll dir von Frosty sagen, Chris, ich fang erst am, was um 22 Uhr mit dem Schlimmsein an. Wie, was jetzt? Was? Soll er Angst haben? Mängstens einer, der erzogen ist. Ich hab immer noch immer. So. Scheiße, hol uns jetzt das da. Huch! Falkenauge, domo arigato. Schön, dass du da bist. Jetzt bin ich auch auf der anderen Seite. Ich bin nicht mehr für Chris. Schau! Das hab ich dir doch schon mal geschrieben. Die sind immer gegen mich. Oh nein! Zeig nicht so gut, Chris. Der braucht das einfach. Liebe. Nichts als Liebe brauche. Hey, warum kann ich das nicht kaufen? Mit 36 ist die Erziehung. Halt hin! Sagt Morgate. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. So, wer sind denn meine Nachbarn? Oh ne, Chris! Du bist es, glaube ich. Was bin ich? Ich bin überhaupt nichts. Ich glaube, du bist mein Nachbar. Gutein. Weißt du gar nicht, welche Farbe ich hab. Oh, oh, oh. Ich... Oh, oh. Frosty, ja, es soll heißen, dass ich erzogen bin und weiß, wann ich schlimm sein soll muss. Sei schlimm! Komm, komm! Eisbärchen! Tomo arigato. Schön, dass du da bist. Er so schreibt, bin trotzdem auf Chris' Seite. Eisbärchen. Bärchen. Das Bärchen. Bärchen. Ach so, Bärchi. Entschuldige. Ich bin verwirrt. Hier sind so viele Menschen. Alter Schwede, du bist echt fleißig. Ich würd gerne auch weiter, äh, weiter Minecraft spielen. Ich habe nämlich einen Plan. Die hängenden Gärten von Plixton. Gebauen. So. Der darf heilen. Und die haben alle Hunger. Naja. Hä? Was Neues. Komischer Start. So, wir müssen uns konzentrieren, Leute. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Warum? Verstehe ich. Weil das immer so anders ist. Man muss sich immer konzentrieren. und dann... Hm? Demirin. Tomo Aregato. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Gößeres gewinnst du heute? Naja. Ich glaub nicht. Ich bin mental nicht so auf... äh... Ich bin noch voll bei COD, weißt du? Wie ist das Spiel so? Ich feier das richtig. Das war ein Spiel, wo ich richtig gut bin. Wie lang ging's denn gestern noch? Äh... halb drei, glaub ich. Alter. Meintest du nicht eins? Ja, aber... Aber das hast du richtig gemerkt. Dann ging's bergab. Also ich hatte dann echt... Da war's Akku leer. Nach sechs Stunden das Zocken, äh... Oh! Hallo Cookie Bär! Scheiße! Es kommt Winter! Oh-oh! Hm? Das heißt aber, ihr könnt schon mal nur von da kommen. Deil! Ich hab auch was, was bei mir hängt. Ist das eigentlich richtig, dass bei BTTV noch nicht mit der Beta-Twitch funktioniert? Funktion? Was ist... BTTV? Was ist... BTTV? Das ist... Was ist das? Ja... Wie sagt man? So'n... So'n... Stylishes Update. Ah, okay. Kannst dann halt zum Beispiel im Dark-Modus anmachen und so'n Quark. Machst du halt einen dunklen Chat mit weißer Schrift. Oh mein Gott! Das, was die Welt gebraucht hat! Ja. Das kannst du ja mittlerweile für alles. Oh, ich hab ja ja Wissen. Oh! Oh! Eigentlich brauchen wir hier mal so'n... ...biss'n Tiny. So, hier kommt Francie schon wieder angeschissen. Oh Mann, ey! Was? Du bist in meinem Gebiet drin! Hau ab! Hast du eigentlich ne mittlere Karte genommen oder ne große? Große. Damit wir alle drauf passen. BTTV gibt ja animierte Emotes, okay. Wow. Das, was die Welt gebraucht hat! Jetzt hab ich schon wieder vergessen, ob das besser war, die im Winter abzuziehen oder nicht. Ich glaube nicht. Ich lass die eigentlich immer da. Aber eigentlich produziert das Feld ja nicht, oder? Keine Ahnung. Äh... Ist der Alex eigentlich wieder da? Alex? Achso. Da war die dunkle Stimme aus dem Jenseits. Ich bin da! Ich warte... Ich habe auf sie gewartet! Oh... Ey, ich wollte eigentlich heute Abend ins Kino gehen zu S. In Hamburg komplett ausverkauft. Nö echt? Ja, ähm, es hat, äh, im Vorfeldbereich den besten Start aller Zeiten. Auch zu Recht. Alter, wieso denn zwei? Ein Grund, mal meinen Blog zu lesen. Nee, dann hab ich mit Absicht nichts, weil ich will mich nicht spoilern. Ja, sollte man auch nicht. Obwohl, ich hab versucht, so wenig Spoiler wie möglich reinzupacken. Ist keiner gestorben? Wie hab ich das denn gemacht? Krass. Und deswegen hab ich da aber gar nicht erst reingeguckt. Und mich stört an der B zwar viel mehr, dass Flüstern noch nicht funktioniert. So, funktioniert die noch nicht? Da frag ich mich auch, was mit euch verkehrt ist. Da kann man ja Angst vor Clowns haben. Ja, sorry, aber Clowns sind so oder so schon creepy. Ach, hör auf jetzt. Doch. Ja, als ob dein Clown schnuckelig ausschauen würde. Ja. Nein, tut er nicht. Der kann auch ganz nett sein. So schaut er auch aus. Ey, hier ist aber auch nur kacke, was das Gebiet angeht. Das wird teuer, ey. Wer will denn Sumpf, bitte? Ach, bau doch mal. Ein ganz grüffiger Clown. Hör auf zu schleimen. So, mein Heiler kommt gar nicht hinterher hier. Da steigen und da war steigen. So, mein Heiler kommt gar nicht hinterher hier. Sumpf, bitte. Ui! So, wir brauchen, wie kriege ich's denn? Oh nee! Bist du das Gelbe da? Kann man dich androhen? Komm mal ran! Da ist sie! Leider zu spät abgezogen. Okay. B-b-b-b. Wo ist die Fische drin? Hallo, Smoke! Na, wie geht's, wie steht's? Alles wieder fit? Ja! Ja! Natürlich! Dann scheiß auf Ruhm! Und Ehre! Da dürft ihr beide euch ja nicht aufregen, ey! Was? Die ist bei euch ja ganz im Keller! Was? Wuhuuu! Wild! Wir haben's doch nur gut gemeint! Naja! Wie viel kost' du hast? Zehn! Mach den! Gehen! 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 Zehn! Hör's schon! schlimm. Oh, ich hab Hunger. Hört auf. Na, ich hab auch Hunger. Das wäre Quatsch gewesen, vor einem Stream ordentlich was zu essen. Nein. Wo kommen wir denn dahin? Überbewertet. Voll. Voll. Wir wissen, was das ist. Oh, nee. Ach, Alex, warum bist du eigentlich immer bei mir in der Nähe? Oh. Jetzt riech ich das Rechen-Sandwich. Trägige Lache. Na, wir haben, glaube ich, beide noch eine Rechnung mit dir offen, von daher. Ja. Wie, ich habe eine Rechnung mit euch beiden offen. Was, wieso? Ich hab dir nie was getan. Ja. Also, doch. Was denn? Du bist krass beleidigt. Und der andere hat mich letztes Mal total zerlegt. Ich hoffe, du schämst dich, Alex. Ich. Ich mal. Ich bin runter im Boden. Chris vor einer Woche, mit euch spiele ich nicht mehr. Ihr seid so fies, ey. Heute, Northgard mit Snow und Blicks. Das Sandwich war anscheinend doch ziemlich gut. Ja. Naja. Oh, wer ist ein Lila? Ah, okay. Oh, nö. Warum vergesse ich denn jedes Mal? Also, ich will ja keinem Hunger machen, aber ich habe mir gerade eine Pizze in den Umstuch. Ruhe! 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 Ja? Was ist denn los mit euch? Smoke, du auch! Alle haben so Pizze gegessen. Schande. Shame, dingelingeling. Shame, dingelingeling. Scheiße. Ich habe auch Pizze am Tiefkühlfach, aber... Nee. Ich habe noch ein Horn-Chicken-McNuggets. Chris, hast du jetzt eigentlich das Clip-Papier gefunden? Nee. Oh, nein. Ich habe da ein anderes genommen. Welches? Mit welchem? Keine Ahnung. Ganz weiches. Ganz weiches. Ja, Bundesliga fängt gleich an. Echt? Stimmt, ey. Spielt Dortmund heute überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Frage, Herr Opti. Spielt heute XY? Will ich es mir nur ein oder sind diese Drauger schwerer geworden? Na? Ach, scheiße. Jetzt muss ich da alle raufschicken. Na, komm, was machen wir? Attacke! Selbst das Schaf. Die sind so stark. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Jawohl, easy. Ist Chris Dortmund-Fan dezentig. Jawohl. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia? Wer wird deutscher Meister? Hier wird gleich jemand gemutet. Dortmund spielt gegen Augsburg auswärts. Heute, ja. Wir brauchen mehr Häuser. Lass mir die Ruhe. Baut doch eure Scheißhäuser. Tja, Bayern ist Vierter und Dortmund Erster. Ja. Reden wir von FC Bayern? Ja. Ach so, okay. So wie sich's gehört. Aber ich find das so krass. Da läuft's einmal nicht bei Bayern. Also die nur Arme rumheulen, ey. Das ist so schlimm. Das soll Dortmund sein. Die sind fast abgestiegen vor zwei Jahren. Oder drei, weiß ich nicht. Typisch männliches Verhalten. Nee. Spaß. So, jetzt hab ich meinen Chat verärgert, höchstwahrscheinlich. Richtig so. Nichts gegen die Chat-Männer. Die sind mal wunderschön. Wo werd ich denn schon wieder angegriffen? Grutze, fix. Ich schleicht's euch. Aber auch viele Gegner. Es ist... Mir kommt's dir vor, wenn du alleine spielst, dann hast du nicht so viel. Und wenn du... Drei Heiler... Wieso hab ich eigentlich zwei Heiler? Hau wem ab. Drei Heiler... Was? Mach mir nicht dumm. Au. Also wenn der anfängt zu singen, fang ich auch an. Im Herzen... 聞pa ... liegt mein... Frankfurt am Main. Frankfurt ist auch okay. Über Bayern, München kann man halt nichts gutes sagen. Keine Ahnung, ich halte mich da raus. Schon in der Schule hat mich das immer generiert. Die Löwen und dann FC Bayern. Vor allem den Chat verärgert. Chris, wie oft hast du das schon geschafft? Mach ich hier Strichliste oder ihr? 80 Prozent, das ist eigentlich voll geil. Oh, hier kommt's. Meister wird E, der FC Bayern. Lese ich gerade. Barcelona, dürfen die in der Bundesliga mitspielen? Was? Das ist echt nur Frenzy, die mir bis jetzt auf den Sack gehen kann. Was? Naja, bis jetzt bist du nur du ja. Ne. Das sind noch mindestens 30.000 Felder zwischen mir und noch dem anderen. Uns drin gerade mal ein Feld. Oh, nö. Penetranten Wölfen. Das stimmt. Wer guckt mich? Hat das gehört? Ist ernsthaft, mein Krieger jetzt verreckt? Christus, echt. Was, wieso ich? Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Ich hab verstanden. Chris, du hast echt irgendwas. Keine Ahnung. Nein. Ich hab Jesus Christus gesagt, wenn du dich damit vergleichen willst. Naja. Naja. Oh Mann. Ja, was ist los, Mekka-Hans? Ja, komm hoch. Cookie. Zeig dich der Welt. Lohnt sich das, Leute? Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Oh, schaut mal. Hier ist Herbert E.L. Cookie. Hä? Jo, jetzt bist du doch. Hm, was machen wir denn? Eigentlich wäre das hier geil. Ah, dann müssen wir hier ringsherum. Nee, vergiss es, ey. Ach, was muss ich eigentlich machen? Wobei, wenn mir das Gebiet gehört. Warum hast du eigentlich Fisch? Das ist voll Meuterei. Na gut, ich hab zwei Felder. Ist okay, ich hab nichts gesagt. Was brauch ich denn noch? Eigentlich nur den scheiß Markenplatz. Ist der mal mit seinem Steinvorkommen endlich fertig, ey? Bayern wird nicht deutscher Meister. Oh Gott, ich hab jetzt einen Spruch runtergeschluckt. Welchen? Oh Gott, Mogate, eigentlich darf man das bei dir gar nicht fragen. Erst der auf deinem Wilk in dem Raum. Und bei dir auch immer die ganze Zeit die Wölfe? Ja, ja, die gehen mir auch tierisch umschlucken. Vielleicht gibt's einen Turm, wenn's so weitergeht. Das ist gar nicht so eine dumme Idee. Wieso, du, ich bin doch schließlich der Bären-Clan. Herbert! Gleich rastet sie aus. So wird das gemacht. Da steppt der Bär. Da stirbt oder da steppt der Bär? Steppt. Da haben wir zu viel verletzt. Kann ich das jetzt tippen? Da ist Snow. Frag lieber nicht. Mogate, du kannst es ja flüstern. Wie viel spielen wir? Zwo, vier, sechs? Alter, what? Wie groß ist denn bitte die Karte? Hier unten ist, wer ist grau? Gut, weiß es nicht. Okay, das ist die Stimme aus dem Jenseits. Dann musst du ja hier unten. Warum sind jetzt auch nochmal drei dran? Ja, blablabla. Dann muss ich eh nochmal mich anflüstern. Ja, stimmt. Wegen, du weißt schon. Story. Ich bin ja auch nicht neunfähig. Hey, wie können die denn das hier... Ach, hier ist ja noch ein... Ach, hier ist noch ein Auf? Ah. Das heißt, wir brauchen noch das Gebiet hier und wenn das durch ist... So. Mach's gut, Eis. Bis später. Wer hat nicht zu hart rangenommen. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Der war gut. Mogate. Was hat er gesagt? Das musst du Chris eigentlich auch schicken. Was, mein Chat ist mega ruhig. Ach, der hält sich nur zurück. Bei mir aber auch. Die sind alle so im Chill-Modus, glaube ich. Ist ja auch schließlich Samstag. Ist wahrscheinlich die meisten sind noch im Delirium. Wie sind das jetzt so viele? Beschwert euch nicht. Schnauze. Geh mir richtig auf den Sack. Reißt ein Haus ab, aber das andere ist schon fast fertig gebaut. Dann... Wie war das mit entspanntem Samstag? Der Chat ist ruhig, weil er isst. Genau so ist es. Der ist aber schon so alt, Morgate. Der ist schon so alt. So alt, aber so gut. Ich fand's witzig. Oh, Sinan, das ist ja süß. Ich guck Bundesliga, aber ganz leise, damit ich euch höre. Das ist ja süß. Danke. Ist doch noch gar nicht so weit. Halbes Anstoß. Vorbericht ist doch für den Arsch. Hier ist noch orange. Okay, wer fehlt mir jetzt noch? Grün fehlt mir noch. Wo ist denn Grün? Ich hab mich versteckt. Grün ist immer im hintersten Eckchen. Ja, wirklich. Ich bin immer ganz, ganz unten. Das sind alle platt und ich lebe komischerweise noch. Dann musst du hier sein. Links unten, ja. Ich bin... Ja, das ist Herbert. Und Herbert kannst du auch hier sehen. Warte mal, Moment. Da, das ist auch Herbert. Das Maskottchen des Creeps sozusagen. Ich brauch Kohle. Haben wir das jetzt eigentlich freigespielt hier mit der Kack-Achse? So, okay, dann bauen wir mal. Geld spielt keine Rolex. Gleich kommt wieder. Wir brauchen verbesserte Häuser. Ich bin wirklich total unentspannt bei dem Spiel. Da werden wir immer auf den Sack gehen. Ich hasse dieses Gemecker. Hallo. Wir müssen im Spiel ein Chicken geben, was wir dann gießen. Was, ein Chicken? Ja. Warum ein Chicken? Aber nur vielleicht. Oh, jetzt greifen sie dich an. Chris muss sich jetzt eine Ziege an der Seite seiner Facecam machen, genauso wie du ein Bär. Ja, genau. Ich bastel dir jetzt eine Ziege. Das wär echt lustig. Aber mit Sprechblase, bitte. Mit Borg? Ne, Mecker, Mecker, Mecker. Oder Mimimimi. 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 Ja, genau. Bist du eigentlich bescheuert? Entschuldigung. Lass es ruhig rauskommen. Die aus der Ecke, die beleidigt jetzt alle. Hier siehst du, ich bin nicht entspannt, ey. Ich hab mit meinem Krieger gesprochen. Ja, ja. Musst du auch einen Namen sagen. Ja, der... Ich wollte, dass der den angreift, der mich angreift und mich die ganze Meute anlockt. Läuft alleine in das Traugerlager rein. Yay. Du hast mich gehellt. Ja, aber ey. Ey, wo bist du denn? Hier links unten ist auch niemand. Aber du musst links unten sein. Der Rest ist zu. Das heißt, ich geh da gar nicht erst hin. Scheiß auf Speer. Fertig. Fertig gespielt. Ja, bloß, dass die Ziege Harald heißt. So. Okay. Auf was konzentriere ich mich denn jetzt? Ich weiß auf was. Nicht auf mich. Sorry. Nee, ich komm erst, wenn ich in der Übermacht bin. Na, ich muss hier kurz mal aufsaußen. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. So. Oh, ne. So, oh, ne. Okay. Ja, da, da Können wir ja mal so schreiben Irgendwie schleift's bei mir Ja, ich finde irgendwie, je größer die Karte ist, desto schwieriger wird's Was jetzt? Was? Ich hab's schon wieder vergessen, sorry Eine große oder eine mittlere? Große Das ist groß? Krass Boah, hier ist ein Bär Ein Braunbär Weiß nicht, jeder ist hier voll vorgepusht und hat sich so viele Grundstücke wie möglich geholt Außer grün Grün ist klein, aber fein Ja, mein Problem ist, dass mir immer die so innerhalb von 5 Minuten die Nahrung ausgeht und dann komme ich nicht mehr so recht voran Ich verbarrikadiere mich halt Du bist der Vatikan Ja, genau Oh, Kupi, kannst du nicht einfach ruhig sein? Die ganze Gewuscheln im Hintergrund ist ja unglaublich Warum denn, Mann? Das finde ich auch immer ein bisschen kacke, dass da nicht steht, warum die unzufrieden sind Das ist alles im Plus Also, weil so Das check ich nicht, das ist mir zu hoch Das braunbärchen kommt sowieso nicht rüber Ah, stimmt ja, nice Falkenauge kann ich machen Dann zeig jetzt mal Alter, was geht denn hier schon? Und Chris aus dem Bett gefallen Moin, Kater Äh, Falkenauge, dann gib mal Points ein, damit ich sehe Aber denkt dran, ist deine Zeit, glaube ich, weg Aber Ist ja eh nicht so wichtig Denk ich Da wäre ich auch unzufrieden, wenn der Herrscher so salzig ist Ich bin nicht salty Nein, überhaupt nicht Nicht wahr, Anja? Das ist das Temperament Ich bin mittendrin statt nur dabei Halbe Sachen gibt es hier nicht Eine dümmere Ausrede ist mir nicht eingefallen Dann musst du mich mal sehen, wenn ich COD spiele Oder FIFA, FIFA ist noch schlimmer Obwohl, nee, ich glaube FIFA ist nicht Obwohl, weiß ich nicht, was am schlimmsten ist FIFA Echt? Ja Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen Na Ey, das gibt's doch nicht Warum seid ihr Säcke unzufrieden? Ja, irgendwie Chris, glaube ich, ist nicht mehr auf die Reihe Ja Ich weiß, die Grüsselkarte ist auch mal Mit den Einwohnern Was? Ja, aber ich habe eine Zufriedenheit So ein 15 Deswegen komme ich schon schnell wieder hoch Aber irgendwie In der Nahrung, da reiße ich es diesmal überhaupt nicht Ich habe alles im Überfluss Außer Zufriedenheit Alter, die Bar ist doch gleich fertig Ihr kriegt gleich euren Sofels Lasst mich hier in Ruhe Anders, da erträgt es man anscheinend nicht in deinem Volk Sind die denn auch so Alkoholiker? Ja Ey, vor allem, weißt du, ich habe den Schafs-Dingsbums Und habe noch Das ist immer das gleiche Ich vergesse jedes Mal den Schafstall zu bauen Ich habe da gerade ein leises Lachen gehört Leise Und wenn er den versteht, ist er gut Du hörst gar nicht das Soundtrick bei Mops Das Soundtrick Ähm, jetzt läuft Sherlock Holmes Einen Augenblick So, jetzt müsstest du ihn hören So, jetzt habt ihr euren Sofels Jetzt lasst mir die Ruhe rein Keine Ahnung Oh nee, Alex Was? Ja, zupft die Sag aber hallo Nix aber hallo Was soll denn das? Du bist immer so gemeint Ich wollte das auch gucken Warum gucke ich das eigentlich nicht? Was? Fußball Kann man eine Pause beantragen? Na Hallo, hier geht es um Fußball Das ist wichtig Weiber Ich höre auch keinen Sound Und nur der Kerl mit dem Salzbergwerk Oh, wer hat das gesagt? Oh, herrlich Wer hat das gesagt? Der Nitz Das merke ich mir, Nitz Das merke ich mir Nitz hat das gesorgt Lass mich aber hier unten ganz klein laufen Ich weiß nicht, dass du nicht das wieder überrannt wirst Als ob ich überrannt werde Als ob das schon mal vorkam Ich komme früh als spät Ne, ist fast was gesagt Aber das gehört in die 22 Uhr, oder was? Ja, Vorstellung Wie die 22 Uhr Vorstellung Wo sind denn eigentlich meine Schafe? Da Schafstahl? Das erinnert mich an gewisse Schotten Hau die Schottenwitze raus Wer ist salziger als ein Hallo, aber das muss ich ja auch sein Ziegen lecken doch Salz Und so Oder? Oh Gott Oh Gott Sei ruhig da wohl, Kommentator Oh, ich will keinen Zaun Oh, Morgate Du hast so schlimmer Witze Sag mir nur grausam Das hat er nur schon wieder Warum tragen Schottenröcke? Damit die Schafe den Reis verschl- Okay Woher weiß er das? Immer noch auf Null, Al, warum? Ja, Katja, jetzt auch ja So habe ich auch innerlich geschaut Jetzt ist wieder der Wittscher-Fontrag da Was ich auch ein bisschen schade finde Obwohl eigentlich Nee, ich habe nichts gesagt Ich würde es irgendwie noch cooler finden Wenn so ein Turm noch in der Reichweite Von dem Gegner im zweiten Feld ist Dass er den noch mitbeschießen würde Hm, ja, stimmt War das bei Siedler? Bei Siedler war das so, glaube ich Ich weiß nicht Glaub schon Na, bei Siedler gab es doch hier so eine Bezirke gar nicht, oder? Da hat es doch Da zählte doch dein komplettes Grundstück Da hast du doch mit dem Speer Diese kleinen Pümpel verschoben Ja, genau Oder mit den Türmen Oder Türmen, ja, genau Bis Teil 4 und Teil 5 war er ab, da ging es ja bergab Habe ich nie gespielt Wer ist das? Ich habe, glaube ich, nur bis Teil... Irgendwas mit Könige War das Teil 3? Okay, da habe ich das, glaube ich, ausgelassen Oder Teil 6 oder Teil 7, das war auch... Ne, ne, irgendwo weiter hinten 3 oder so Ah, ich glaube 3 Oh, schneller... Oh, schneller... Schwarz... Zahnarzt... Achso, hier ist ja dein Gebiet, ja. Okay, dann mach du da oben. Da will ich dir nicht reinfunken. Na ja, ich seh das. Wissen will sie sich wohl. Na klar. Wissen ist Macht. Hier sind auch überall richtig viele Viecher, ey. Fünf. Fünf. Vier. Alter. Leck mich doch. Hier sind nur zwei. Schnee stammt rein. Wie teuer eigentlich Stein ist, das ist so unnormal. Mhm. Ja. Dem muss echt schon so möglichst schnell das Upgraden freichholt ist. Bei dem Wissen. Dass du mehr Steindings kriegst. Eisenerz. Kack. Ja. Es gibt halt auch so saubenig. Es gibt halt immer dieses Einmal, dieses große Feld auf der Karte. Na. Aber bis du da rankommst, hast du gerade gefühlt... 15 Mon... äh... Monster hätte ich fast gesagt. Irgendwelche Tiere töten. Oh nein. Ja. Oh nein. Oh nein. Ja. Bam. 1-0. In der dritten Minute. Geil. Mit dem Hacken vor allem. Wie geht das denn? Hallo Cookie. Oh. Oh ey. Was für ein Lacker. Krass. Mit dem Rücken zum Tor einfach mit dem Hacken und drin war. Oh Cookie. Das ist eh nichts. Katze. Ja. Böse Katze. Böse Flauschikatze. Immer den Küchel ins Gesicht halten. Ja. Leg dich hin. Was wollte ich eigentlich machen? Wenn ich das jetzt einnehme, dann kommst du wieder und nervst mich. Natürlich. Dafür bin ich da. Bauen wir das heute einfach mal? Ich hab irgendwie Bock, das zu bauen. Ich glaube, das ist auf Dauer gar nicht so verkehrt. Das war eigentlich ein anderes Gebiet. Das tut mir leid. Ich hab mir auch eigentlich vorgenommen, mich heute nicht so auszuweiten. Ich hab mir auch eigentlich vorgenommen, mich heute nicht so auszuweiten. Ich hab mich heute noch mal verkehrt. Ich hab ein bisschen mehr gemacht. Ey, leck mich doch. Ohne Witz. Da läuft es mal richtig gut, was die Ressourcen angeht. und dann meckern die nur rum, dass die unzufrieden sind. Das verstehe ich nicht. Falkenauge hat gesagt, Chris... Chris Chatsch hat mir die Antwort nicht beantwortet. Was denn? Was? Ne, Leon, klopp nicht. Arzis, guten Tag. Ja, hallo. Großes, dickes Ding. Aber man kriegt doch das nur durch die Scheißbrauerei hoch, oder nicht? Ja, unter anderem. Wieder noch? Oh, rei, dann wäre ich ein Clan-Spiegst. Segel. Festmahl könnte ich machen, aber das geht ja nur für einen Monat. Das sehe ich auch nicht ein. Chris, wer hat das Tor gemacht, soll ich von Frosty fragen? Ja, Mulenko. Ich liebe den, ey. Der ist richtig gut. Ey, dies Bett. Auch schon auferwacht. Gibt's ja eigentlich, gibt's gar nicht auf der Karte, wa? Jagd-Zeugs? Doch da, mein... Bei Francie. Hm? Bei dir, du bist die Einzige mit dem... Also dein... Du hast das Einzige... Dings-Gebiet. Also Nahrung dürftest du ja nicht hapern, ey. Du hast Fisch und Dings. Verzeihbar ist auch einmal so ein Jagd-Gebiet. Da muss das ja noch ganz weit nach da links unten gehen. Naja, ich hab auch ein paar. Mann, eigentlich brauch ich aber noch ein Gebiet. Das ist schon ganz schön wenig. Eigentlich reicht das auch. Vielleicht noch ein Gebiet, eigentlich. Das ist immer nur das Aua hier, so. Muss halt auch aufpassen. So, das kann ich ja abreißen. Genau, das brauch ich nicht mehr. Scheiß auf Speer. Tut mir auch okay. Ich hab irgendwie zu wenig Platz. Ja, aber so geht's mir nämlich auch gerade, wenn ich dran denke, was ich noch alles bauen wollte. Ja. Das Ding brauchen wir auch noch. Aber es sind alle Bauplätze. Oh, das Ding jetzt. Scheiß drauf. Guck mal, es ist zu fehl. Oh nee, 1-1. Scheiße. Guck mal, das tut langsam jetzt echt weh. Warte, schlabbern die's hier. Ah ja, und das ist das Opening von Sailor Moon. Guck mal, Guck mal, Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal, Guck mal. Ich hab schon ganz schön nach. Ich hab Platz gebraucht. Sag doch nicht so Angst. Doch, weil du unberechenbar bist. Und mehr Ahnung von dem Sperr ist als ich. Aber ich glaube, so reicht es mir eigentlich vom Platz. Wir sind überall im Plus. Ich kann überall noch aufwerten. Außer Zufriedenheit natürlich. Leckt mich doch. Das verstehe ich nicht. Entschuldigung. Jetzt gibt es Stress gleich zwischen den Hellys. Ich habe die alle für dich platt gemacht. Sag mal, geht's mal. Da waren sechs Trauger, glaube ich. Wer war dahinter listig? Das ist nicht nett. Ich habe die alle platt gemacht. Der Knack ist nicht besonders anstrengend. Der Scheiß ist, ich müsste mir den fucking Sumpf holen. Wir haben halt auch genug Nahrung. Oh, jetzt kommt schon wieder Winter. Mit Erdbeben sogar. Mit Erdbeerbeben. Oh, hör auf, weißt du. Was ist das denn jetzt aber? Keine Ahnung. Überall brauchen wir den fucking Stein. Ich will keinen Kontakt zu Clyde. Das ist einfach nur gemein. Und elid dich nicht, war Cookie? Ich kann nur das halt mit dir. Echt? Ja. Es sei denn, du hast es abgebrochen. Ja. Du bist unterbunden. Stimmt, du hast es echt unterbunden. Hallo? Wo sehe ich denn meine Handelsrouten? Wenn du auf den Handelsposten gehst und meine Handelsrouten ändern, siehst du, wie aktiv sind. Welche davon sind aktiv? Die, wo die... Ach, Alex! Ach, da kann man jetzt einfach auf Abbrechen klicken, oder was? Doch. Scheiße. Ich brauche fucking Silo. Doch. Scheiße, ich brauche fucking Silo. Warte, wie ist das? Wenn ich... Auf das, was ich oben klicke, das verkaufe ich dann. Genau. Oder das kriege ich. Das verkaufst du. Und wenn du quasi oben bist, wenn du verkaufst das Holz, wenn du das Holz zugefährst, dann siehst du auch Exportindustrie, was da steht. Was ist das denn? Ich loke mal weiter. Tu das, Katrin. Schön, dass du da warst. Und wir müssen bald wieder spielen, du weißt das. Wie viele Handelsrouten kann man denn machen? Nur eine, glaube ich, oder? Was, nur eine? Was? Der Christian ist ja hier. Alter Schwede. Was? Ich? Was ist mit mir? Dann lässt man dich einmal unbeobachtet und dann gehst du ab wie die Rutz. Ich weiß nicht. Achso, du bleibst noch da, Katrin. Ja, schön. Freue ich mich. So, Wissen. Wissen ist Macht. A Bush como O O O waiting. A shaman. dass ich habe ständig die zufriedenheit im minus einer tour und da steht aber nichts wenn ich mit dem pfeil drüber gehe die asis wie stark ist denn deine deine brauerei ausgebaut auf stufe eins aber trotzdem muss erreichen wenigstens auf null oder so aber jetzt ist es halt gerade nur aber es geht ja gleich wieder runter oder zehn stein das sind 400 dollar wenn ich irgendwo was ausbaut weniger dinge markplatzpreise das brauche ich geschiere ja 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 Habt ihr auch so wenig Stein und Eisen in eurer Umgebung? Ja. Sagt die, die schon zwei Dinger abgebaut hat. Ja, Entschuldigung, ist trotzdem zu wenig? Den hat dann jetzt wieder mein Spiel ja plattgemacht. Was macht man denn, wenn man zu viel Nahrung hat? Verkaufen. Handeln. Mach ich ja schon. Man kann ja nur eine Route machen. Gebiete einnehmen. Ja, Gebiete dann, die sind gleich wieder weg. Könnte ich mir den eigentlich nur aus Spaß einnehmen. Komm, das machen wir mal. Oder einfach mal ein Festmahl machen. Das sind gestiftet. Alter, geht das hoch. Wieder die Lache von dem einen. Von der Hillenceu uns schnell safe. Dann sch Бог es aber einfach. Ja, es stahaha. Das war's für heute. Das war's für heute. Erwartete Zufriedenheit aktuelle. Okay, geh mir richtig auf den Piss. Das war's für heute. Fünf Stück, ey. Das ist so kaputt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist jetzt schon sechs. Okay. Das war's für heute. Jawoll. 2-1. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was? Das war's für heute. 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 Hey Lucky, was geht? Wie du um Jötner rum gebaut hast. Ich brauche halt dieses Scheiß. Ich brauche dieses fucking Steingelums. Nasses Wetter geht, ja das stimmt. Christian breitet sich aus. Ein bisschen. Hä, aber wo ist denn dein Grün? What the fuck? Hä? Grün ist bei mir. Ja, aber hier ist ja gar keine Karte mehr. Hä, wenn hier Orange sich ausbreitet. Ich bin ein Seevolk, ich sitze im Meer. Welchen Clan hast du? Grün? Ich bin auch Schaf, äh Ziege. Schaf. Du kannst ja nicht mal übers Wasser kommen, du bist ja komplett am Arsch. Sie ist ein Sehschaf. Ein Seh. Ein Schaf mit Schwimmflügeln. Ach du Elender. Achso, ne, das bin doch ich. Das bin doch ich, Gott sei Dank. Der Alex ist so still, ich glaub, er plant die Rache. Ah, das ist echt still. Irgendwie, ihr wollt's nicht mehr zu lassen. Ach, krieg ich jetzt keine, keine toten Babys mehr vor meiner Haustür oder was? Was? Ja, klar. Ja, der Alex wünscht mir so viel. Das hab ich gewünscht. Ja, also ich... Du sagst, dass er dir... Ich kann immer reden. Tote Babys vor meiner Haustür liegen sollen. Natürlich seid ihr unzufrieden, ihr Assis. Ich glaub, jeder hat ja irgendwie mit nem anderen Dings zu kämpfen. Oh Gott. Oh nein, hakt's bei euch auch grad. Mhm. Bist du dich jetzt echt Feuerbärchen genannt? Oh Mann. Wer? Eis? Nee. Falkenauge. Oh süß. Ach, das bist du! Ach wie süß! Feuerbärchen. Wo hast du denn geschrieben, wie viele Punkte du hast? Einen hast du, siehst du? 200 Punkte von mir. Oh nö, jetzt kommt der Christian auch noch. Was ist denn los? Ich hab nur das Gebiet genommen, was frei war. Am Arsch. Wo hast du denn geguckt, wie viele Punkte du hast? Da, 1.100... Ich hab ja grad alle Zeit der Welt. Oh scheiße. Wo bist du? Feuer, 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 Feuerbärchen, Add Points. So, bitteschön. Hat er wieder. Aber Zeit müsste weg sein, glaub ich. Ratten fressen 80% aller deiner Nahrung, die ich in Silus kommt. Und dann, wo man ausgelagert ist. Na dann. Lass ihn machen! Fancy, hier. Hm, was denn? Ich hab dich genauso lieb, wie du mich eben lieb hattest. So, erster ausgeschaltet. Du Arsch. Alter, what? Thilma! Du bist der nächste Donut, Mann. Was, wieso, warum? Schaut mich immer gleich voll aus, Flip. Koran, hier, da steh ich. Ist ja geil mit dem Sumpf. Nö. Ich will ja nicht, dass es jetzt schon vorbei ist. Dann muss ich ja jetzt FIFA spielen, auch wie sie jetzt echt kommt, oder was? Ja, klar. Die anderen sind zu weit weg. Entschuldigung, wenn du mein Nachbar bist. Wärst du die Gwen, würde die Situation anders ausschauen. Ich bin noch nicht so weit, gib mir doch 20 Minuten. Dann geht mein Plan erst auf. Ja schon. Das ist ja echt die Scheiße. Wer von euch hat denn das große Steinfeld? Ich hatte echt nur ein Steinfeld. Ich hatte auch kein großes Steinfeld. Ich habe es trotzdem geschafft. Die ist frech. Sack. Die ist frech. Ich sag das nicht. Gar nicht. Ja, sei froh. Ich will keine toten Babys haben. Frenzy, wie viele Dorfbewohner hast du insgesamt, Bevölkerung? Ich doch jetzt nicht. Nee, ich will das nur mal analysieren halt. Nee, wirklich jetzt. Ja, ja, klar. Man lernt ja mit jedem Spiel. Nee, das meine ich jetzt wirklich ernst. Du sollst nichts lernen. Hier ist auch alles leer bei dir. Nee, einfach deine Spielweise will ich mal, ähm. Weil du immer so richtig schnell richtig viele Krieger hast halt. Der ist ja zu Glück. Weil ich es halt einfach kann. Ist jemand noch Rabe von euch? Nein. Du musst die ja irgendwo abziehen. Tja. Mit viel Liebe. Weißt du? Das ist alles eine Sache der Liebe. Ähm. Ja, ich behandel meine gut. Ich hab sie bis jetzt noch nicht einmal beschimpft. Und? Was ist? Ich auch nicht. Tja. Nein. Immer noch 22 Steinen, what the fuck. Der ist ja langsam. Nee, ist jetzt noch jemand Rabe eigentlich? Nee. 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 Okay. Daumenkinder tragen keine Beziehungsprobleme in PC-Spielen aus. Warte mal. Ach, Fabian seine Punkte waren das. Jetzt hab ich mich vertan. Jetzt hab ich mich vertan. Ja, stimmt. Ja, machen wir dann gleich. Wenn... Wenn Franzi mich von hinten mit Anlauf trocken und so. Oh Gott. So wie du's halt gut findest, wie das letzte Mal. Was? Halt dich für ein Gerücht. Jetzt kommt er in die Bredouille. Das, das, äh, das, äh... Das ist, äh, nicht so wie's aussieht. Oh, Christian. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Ja, mach die mal. Greif die mal an da. Beschäftige die mal. Die ist eh grad die ganze Zeit bei mir irgendwo. Du bist nämlich immer die, die große Klappe hat. Ich? Ja, du. Wo hab ich denn ne große Klappe? Naja. Da kann Alex bestimmt, äh, mir recht geben. Was lacht ihr jetzt da so? Ich... Wenn du mich heute überrennst, spiel ich nicht mehr mit dir. Das hast du vorher auch schon mal gesagt. Na, aber heute mein ich's ernst. Dann spiel ich wieder Solo gegen meine KI auf, auf Mittel. Oh, es macht aber so Spaß mit dir, dich zu ärgern. Ja, das ist mein Problem, ja. Scheiße. Ich muss erst mal den Stein hier wegkriegen. Christian, wolltest du was sagen? Nein, nein. Ja? Ist noch irgendwas, was du mir mitteilen möchtest? Beziehungsweise baut sich die Frenze immer nur als Schildträger. Jetzt leider ruhig, du Elender. Ja, siehst du, du musst doch mal ein paar Tipps verraten und nicht immer hier nur dich brüsten, dass du uns alle platt machst. Ja, das hab ich mir selbst erarbeitet. Ich hab keine Tutorials oder... Mann ange... Ja, alles mein eigenes... Aber Schildtrö... Tröger... Träger sind doch eigentlich nur, die schützen sich halt vor den Scheiß-Türmen. Aber so Mann gegen Mann sind die, glaub ich, schlechter. Als Krieger zum Beispiel. Und, und, äh... Achswerfer sind aber stärker als Krieger im Fernkampf. Aber wenn die nah dran sind, dann... So wär's halt, äh... Sinnvoll. Bolas Mock, vielen Dank für dein Follow! So ist es zumindest in jedem anderen... Dingsspiel. Wär ja auch eigentlich logisch. Aber ob's dir auch so ist, ist die Frage. So, jetzt hab ich voll viel Stein. Was mach ich damit? Wär auch gleich noch Bauern von mir durch die Gegend rum. Okay, das sieht gut aus. Sind die vielleicht mal geupdatet. Also, Fredzi, wenn du noch Eier hast, dann wartest du noch. Dann musst du noch warten, so... 10, 15 Minuten circa, oder? Ja. Wie kann denn der hier oben? Das versteh ich halt auch nicht. Oder war das... Haben die Steine unterschiedliche... Anzahl an Steinen, sag ich mal? Wie ist dir das? Hm... Wie du meinst? Ja. Na, dass ein Stein zum Beispiel 30 Einheiten hat, und ein anderer Stein hat nur 15, oder... sowas. Ja. 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 Ich seh das? Weiß ich nicht. Aber ich hab hier halt einen Steinhauer, der... baut hier an dem Stein irgendwie schon ewig gefühlt. Achso. Guck mal, hier steht's. Ja, einer gibt 30, einer 20, soweit ich weiß. Okay. Weil der baut an dem einen Stein hier schon ewig, und die haben hier oben gleich alle vier weg. Okay. Der kriegt dann eigentlich vor. Ich weiß es selbst nicht. Ich hab mir kein Geld mehr. Einmal quer rüber. Schön gespaltet. Schneesturm, wer braucht denn sowas? Oh fuck. Sef andads. Se obra die thigh ran. Ich fange auf. Schiff und blöde. 篩. Ja, man kann nur verlieren entweder im Spiel gegen die Freundin oder man gewinnt im Spiel und muss auf der Couch schlafen. Wieso Couch schlafte? Er muss auf dem Boden schlafen. Der Alex schläft auf dem Boden. Ja, ich muss wieder quit sein. Ich hab vorher gewonnen, als hast du gewonnen. Normal. Er hat dich gewinnen lassen, damit er null aus der Situation rausgeht. Ich weiß nicht, ob du deinen Bettplatz wieder erarbeitet hast. Kannst du mal sie am Abend fallen? Ja, stimmt. Mabel! Ja, du elender Katzenklauer. Gar nicht. Das war halt quasi Liebe auf den ersten Blick. Er ist gleich kuscheln gegangen. Er hat sich wohl gefühlt, begehrt. Was? Schon wieder? Ach so, deswegen. Was denn? Aha. Aha. Deswegen sollte ich warten. Und so wurde aus dem Donut ein Pfannkuchen. Aha. Aha. Was? Aha. Komm, Großer. Mein Ries ist da. So, jetzt kann ich doch aber die Handelsbeziehung da ab... Ach, die ist jetzt automatisch gecancelt. Okay. Cool. Der trinkt heimlich. Wir haben uns doch schon unterhalten. Ja, aber der Eisbärchen schreibt das, weil wir gestern die Diskussion hatten. Man kriegt immer mega viele Follower, aber alles nur stillen Zuschauer. Das nervt immer ein bisschen. Aber ich glaube, das ist normal, oder? Also wenn du dir überlegst, Kronkhart, wie viel... Ja, aber der rattet, der chat ja auch durch. Aber wenn du halt hier, keine Ahnung, 24 Zuschauer hast und zwei Mann schreiben, ist das eine schlechte Quote. Ja, ein bisschen mehr als zwei. Aktuell sind es drei. Fabian, Lucky und Eisbärchen. Aber das ist halt voll crazy. Ich verstehe das, verstehe ich halt nicht, weißt du? Okay, wenn man vom Teufel spricht. Pinaris kommt in den Chat. Halbzeit! Moin! Ist jetzt ein gutes Spiel, oder? Was sagst du? Ja, ich esse Schoki. Ich esse hier die wahrscheinlich... Ne, warte, wie hießen die? Oh, wie hieß die denn? Das war auf jeden Fall James Bond. Wie hieß denn das? Von Ferrero hier. Roche. Roche. Boah, es gibt keine geilere Torte als die Moschee-Torte. Roche. Roche. Aber wie... Aber wie war denn da der Werbespruch? Die, äh... Na, die längste Print hier in der Welt ist ja... Es sind die kleinen Dinge! Einen schönen Tag noch! Äh... Äh... Mit allem hab's im Mund, keine Ahnung. Neee... Vielleicht ist's verloren. Aber... Wie war das denn? Jo, hab ich gesehen, bin aber es läuft nebenbei hier unten in kleinen Format. Das von Jamulenko war aber auch krass. Mitm Hacken, Alter. Da hat Plixten mehr aktive Zuschauer im Chat. Oh, jetzt... Pssst! Mhm... Mhm... Ich hab auch alle verpflichtet von Roche. Also... Was? Der ist... Was? Der ist gut. Das... Das war vor meiner Zeit. Näh! Näh! Auf Schnauze?! Ist mein Riesen schon tot?! Das ging schnell! Nein! Das ist wie Ratte! Kommt der eigentlich wieder? Das weiß ich gar nicht. Nein. Na. Hab mich für immer zerstört. Scheiße! Sorry! Nicht sorry! Gleich... Ja, tschüss! Bis dann! Gleich noch ein Roche! Ich bin nie wieder mit euch! Ja, genau! Na, erstmal ein Frust Roche! Oh Mann! Ich will auch essen! Ich war durch die Erkältung die ganze Woche keinen Sport gemacht. Jetzt noch Schokolade. Geil! Wieder... Wieder ein... Wieder ein Monat Rückschritt! Haha! Das war mal wächst! Nein! Ja! So voll der Schneesturm und dann diese hawaiianische Blüten! Ja, hast du schon Lilo & Stitch angeschaut? Wöhnst du mich jetzt? Ja! Nein! Warum? Sag nicht, du hast noch nie Lilo & Stitch gesehen! Er hat noch nie Lilo & Stitch gesehen! Ah! Ah! Das einzige was er von Lilo & Stitch gesehen hat ist mein Tattoo! Ah! Ja! Ha! 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 Was? Ja! Sorry! Hi Tex! Nein! Ich nehme nicht auf! Also weiß ich noch nicht! Vielleicht haue ich das einfach auf YouTube mal gucken! Und darauf an, wie gnädig Francie noch ist! Konzentrier dich doch mal hier auf Christian! Guck mal, wie weit er hier... Der breizt sich auch voll aus! Der... Der kommt dann auch dran! Na nach mir bitte! Nein! Braucht doch was zum zeigen! Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt angreife, er ist viel zu weit weg, dann greifst du! Ne, ich greif dich nicht an! Wenn wir nen Deal machen, dass wir uns gegenseitig bis zu kurz nicht angreifen... Jetzt kommt's wieder an, weißt du? Ja! Wenn du das willst! Wenn du noch länger spielen möchtest! Dann nehme ich mir jetzt die anderen vor! Ja! Mach mal! Wann soll ich dich denn angreifen? Du hast ja überall Türmchen! Ich muss erst mal gucken, was ich hier als nächstes mache! Die Ratte! Die Sau! Die Sau! He he! Hast du gedacht! Was? Naja! Ich hab dich gegen ihn aufgehetzt und dann kam er gleich zu mir! Naja, eigentlich müsste ich die hier in den Sumpf stellen! Die Eiermaler! Die Eiermaler! Und jetzt musst du um die Eiermaler! Justine! Bist du noch da? Das wurde mir auch schon erklärt, Lucky! Dass Rohana Familie heißt! Jaa! Ohana heißt Familie! Familie heißt Familie! Ja! Ey! Das ist aber auch übelst geil! seit diesem scheiß fucking, äh, wie hieß es? Äh, Senua's Sacrifice. Kriegen die das nicht mehr aus dem Kopf mit diesem Scheiß? Fokus, 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 fokus. Das ist aber auch, das ist voll brainwashed gewesen. Du hast das nicht gespielt, wa? Spiel das mal. Senua's Sacrifice. Das ist so ein Psychospiel. Also es ist, also wie soll man das erklären? Also es ist halt, kann ich dir nicht erklären. Aber das ist halt echt crazy gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da hörst du halt die ganze Zeit Stimmen im Kopf. Die machen die ganze Zeit so, Fokus, 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 fokus. Weißt du, du hörst das halt so ringsherum so um dich. Das ist so crazy. Du denkst halt wirklich, steht einer hinter dir. Okay, dann probiere ich es auch mal aus. Das ist echt geil, das ging auch nicht so lange, glaube ich. Ein Stream hast du es durchgespielt, oder? Na, ich glaube, ja. Okay, das heißt aber nix. Der ging auch lange, glaube ich. Heute wird es wahrscheinlich auch wieder lange gehen. Das war bestimmt mit zwölf Stunden Streamen, oder so. Du willst jetzt zwölf Stunden lang nur dich von Rocher ernähren? Nee, ich bestell mir nachher noch was, oder so. Obwohl ich hab noch einen Kühlschrank voll. Dann gibt's halt eine halbe Stunde Pause, oder so. Was, du willst heute ein zwölf Stunden Stream machen, oder was? Na, ich hab jetzt, wann hab ich angefangen? Halb drei. Was denkst du, wie schnell die... Ich will noch FIFA, die Story auf jeden Fall, durchballern. Also nicht komplett durch, die 14 Stunden, aber auf jeden Fall das noch. Und dann will ich noch COD nachher kurz. Ich hab mir das komplette Wochenende, ich muss gesund werden. Ich darf nicht vor die Tür gehen. Luft ist böse. Ja, ich hab vorhin schon komplett alle Fenster offen. Das muss reichen. Bisschen von Freiheit schnuppern. Ist genug Luft. Ja, ey, Sperrchen, wir müssen mal gucken. Ich weiß, dieses Kurz-COD ist nicht so glaubwürdig, aber wie gestern um eins, da musst du auch halb drei. Zuerst hieß, eine Stunde. Aber ich wusste ja nicht, dass ich so gut bin. Hat dann so Spaß gemacht. Was hab ich gelesen? Nein, hab ich nicht. Grüße aus Hamburg, fang grad durch die Stadt. Was ich für ein Mischpult habe? Keine Ahnung. Irgend so ein günstiges. Weiß ich nicht, schreibe ich dir die Tage mal an. Oh, Erdbeben. Und danach braucht er, was? Und danach braucht er erstmal ein Lkw voll Zucker gegen das ganze Salz. Ich wirk ja schon gegen mit Roche. Okay. Roche. Papa! Was brauchen wir denn eigentlich noch? Wir brauchen mehr Nahrung, aber Nahrung gibt's denn nicht. Kann man nicht Nahrung kaufen eigentlich? Ja. Nee, man kann ja nur verkaufen. Nur ne Ra... Äh... So ne... So ne... So ne Route mit... Du kannst aber einen Marktplatz bauen und dann kannst du's kaufen. Aber ist voll teuer. Das stimmt. Nein, nein, nein. Ne, nein, nein. Ach, wir haben ja Steine. Krass. Ich wüsste es gar nicht. Achso, habe ich euch das schon mal gefragt? Bringt das was, wenn man mehrere Silos in einen Dings stellt? Nein, geht glaube ich auch gar nicht. Wie, das geht nicht. Bis aufs Wohnhaus kannst du eh nichts doppelt in einen Dings stellen. Ja. Spiel ich halt vor zu, wenn ich mich nicht spielen lässt. Oh, tut mir leid. Voll. Rochel Gonzales. Genau der. Ach was, bei dem kann man ja auch noch was bauen? Dann möchte ich bitte meine Hauptbase abreißen, mein Gemeindehaus, und möchte das bei dem... Jötun. Jötuns. Jötuns. Reimsetzen. Christian, wie tief drinnen im Land bist du denn eigentlich? Hm. Der macht hier richtig Action. Aber das ist ja auch nicht so gut, oder? Dann wächst doch auch deine, äh, erwartete Zufriedenheit und dein... Äh, noch irgendwas? Nö, aber die Zufriedenheit müsste doch dann eigentlich höher gehen, weil du ja mehr... ... Grundstück hast, oder? Ja. 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 Plus elf, vor als dritten. Stimmt, du kriegst ja noch mehr, ja, stimmt. Geht ja gar nicht ins Negative, es geht ins Positive, ist ja eine Scheiße. Oh, hier steht sie schon. Wer? Du. Wir wollten uns ja nicht angreifen. Naja, ich hab's nur grad entdeckt. Naja, ja, ja, ja. Eigentlich können wir nochmal so eine Hütte bauen hier und so sein Rennen. Ich lass es nicht da, oder? Na, ja, ja, ja ... Sie, abschledigen. Ach, genau, vergoldet den Moment. Roche, vergoldet den Moment, das war der Spruch, oder? Stimmt. Aber war nicht auch irgendwas mit diesem James Bond? Da war noch ein anderer Spruch, glaube ich. Das ist ein bisschen schade, dass man die komischen Typen, die drei hier nicht bewegen kann. Oh! 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 Ich setze auf Gold, mehr gibt der James nicht von sich in der Werbung. Ich glaube aber das war das mit dem, mehr gibt es da nicht mit dem Moment vergolden. Ich kann sie greifen, greif ich nicht an. Geht Angst vor dir. Ja ein bisschen. Was war Kaffee? Sehr schön wie im Chat über Werbesprüche philosophiert. Okay. Ach ey was, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe ich bin so dumm. Ach jetzt weiß ich was das mit einem Haps in einem Mund, das waren noch diese von der Kinderschokolade, diese runden Kugeln, die wir... Ja, äh... Schokobongs. Genau. Die sind geil. Eier apropä essen, Alex was wollen wir später bestellen? Ich bin für Falafel. So, so habe sie entschieden. Ja. Boah, jetzt müsst ihr doch hier schnell Dorfbewohner auskacken ey, macht mal hin. 10. Plus 14. Wir wollen bessere Häuser, ich habe nur drauf gewartet. Sag mal greift ihr euch eigentlich auch gegenseitig an oder ist das Kindergarten bei euch? Wir wussten uns um dich anzugreifen gemeinsam. Richtig. Genau. Das wollte sie jetzt nicht hören. Ich muss halt irgendwie meine Nahrung hochkriegen, das gibt's doch gar nicht. Handelt mal alle mit mir Nahrung. So, der Lulatsch hat nichts zu tun. Hä, aber wenn ich das jetzt hier ausbaue, was ist denn wenn man aber mehrere Ausbildungslager und Axtwerferdings und so hat und die aber alle ausbaut? Wird das dann jedes Mal gestackt um die Prozente oder nur ein einziges Mal? Oder nur die, die du da in dem Haus produzierst? Also ich glaube es zählt nur ein einziges Mal, dass diese plus 10% Euro ist. Okay. Aber auch für alle halt, das liegt ja klasse an. Danke für den Tipp. Das ist echt gar nicht so doof, dass die mal alle hier Nahrung holen. Na auf jeden Fall, guck mal, geht das gleiche hoch. Wollen die alle die arme Plixten angreifen? Ja, so ist es. Weil sie immer große Klappe hat. Nur deswegen. Warum hab ich ne, warum hab ich ne große Klappe? Das wissen wir doch so. Ja. Korrekte Antwort. Nein. Huch! Oh nein, ich will dich! Weil wenn ich jetzt jemanden angreife und dann bin ich ja geschwächt, dann kommst du, das ist auch scheiße. Ich hab mich nicht mehr wohl gefühlt bei dir. Ach, ich brauch für Fall Nahrung. Es sind die kleinen Dinge! Einen schönen Tag noch! Bibo, herzlich willkommen, vielen Dank! Jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir denn Nahrung her? Eigentlich ja von der Franzi ihrem Wild. Nee, nee. Fräulein? Ich halt mein Wort! Aber dass der Riese tot ist, das war nicht nett. Dafür kann ich nichts, wenn er so schlecht ist. Vor allem, wenn der so schlecht ist. Wenn du nur mit 20 Leuten drauf zurennst, da hält kein Riesestand. Ich leide auch nichts. Ach nö, wer braucht denn diese fucking... Natürlich! Wo sind denn eure gespawnt? Auch an eurem Clanhäuschen? Nein. Fast. Bei mir ringsherum ums Clanhäuschen. Das Spiel ist gegen mich. Das ist nur gegen schlechte Spieler. Alter! Mobbing kann ich auch! Okay. Wie sie meinen! Wie traurig werden! So, was war das? Ach so, da kommen die Invasion. Franzi darf mich ruhig anfragen, jetzt ist mal kurz weg. Warum? Ach so! Ist es soweit? Ja. Zehn Minuten oder was, ja. Dann lass ich mich gleich nicht mehr drum lange bitten. Stichwort. Na gut. Und... Wie?! Nein. 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 Ich meine, die sind voll verteilt. Nein. 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 mal rum ums Häuschen. Sieht auch so viel cooler aus, wenn die alle zusammen Nahrung holen. So, sie ist noch rechtzeitig angekommen. Sehr schön. Echt? September ist verlängert. Was? Die waren ja schnell weg. Die waren ja schnell weg. Wurde schon wer gekillt? Ja, der Alex. Naja. Ich streue nur Salz in die Wunde. Wurde gefragt im Chat. Kann da nix für. Der nächste wäre eigentlich der Chris gewesen. Ja. Mal hier, wie die schon wieder übertreiben muss, ey. Wo hast du die ganzen Leute her? Das verstehe ich nicht. Wie viele Krieger hast du denn bitte? Mit viel Liebe aufgezogen. Das sind schon alleine 10. Ey, was? Fragt man sich doch. Der Kackbär. Hast du denn eigentlich zwei Sachen? Hast du den Bär unten, Häuptling? Ja. Das ist ganz schön unfair. Findest du? Guck mal. Das ist immer noch nicht fertig gebaut. Das ist die ganzen Siedler. Das ist die ganze Siedler. Okay. Okay. Dann machen wir auch mal ein bisschen Eck, obwohl es ist Winter. Ja, doch. Oder mach zurück. Oh, ich bin ab. Everybody. Genau. bunk called. عم. Ich bin einbild. Ich bin einbilder. Und ich bin einbilder. Das ist mit gern. Wie haben auch keinen Hakk. So Ja, er muss der Nächste sein. Finde ich auch. Wer ist? Das muss ich jetzt wissen. Ja, ich wollte jetzt anfangen, aber wenn du sagst, ich will der Nächste, dann nö. Dann warte ich noch. Ey, du hast auch hier? Wie viel sind das? Ihr spinnt doch. Ja, ich mach ihn fertig, aber ganz zum Schluss. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ey, ihr fangt schon wieder an wie beim letzten Mal. Ja. 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 Boah, wie die auch immer teurer werden, die Scheißviecher. Ja. Was grün gibt's auch noch, wa? Mhm. So ganz im Hintergrund zieht sie die Fäden. Nein. 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 Scheiß drauf, bleib du mal da. Nein. Nein. Ja. Oh mein Gott. Nein. 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 Ah, das gibt's doch nicht. Das ist nicht, was du meinst. Nein. Nö. Das ist echt dringend Pischen, aber nein. Ich hab jetzt keine Speer mehr. Oh mein Gott. Aber jetzt ist es richtig schön. Oh mein Gott! Oh nein, hast du Kopfschmerzen? Welche Schokolade isst du? Chris isst nämlich auch Schokolade. Der Elende! Der Elende. Also Falafel haben wir uns geeinigt, Alex, oder? Jaja. 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 Lack. Oh, da ist er. Ich hab oft Probleme mit Leider, nur heute braucht es mich. Wieso? Hast du heute noch was vor? Wieso bin ich schon wieder im Minus? Oh Mann. Nein? 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 Ja! Wurst! Wurst! Äh, ich kann mich nicht schlafen. Ich glaube, es ist das gleiche, was du gerade machst. PUBG-Tourneer. Achso! Cool, so ein internes PUBG. Oh, ich muss auch mal wieder PUBG spielen. Schon ewig nicht mehr gemacht. Fortnite ist viel cooler. Äh, das ist mit Bauern noch zusätzlich, oder? Ja, man. Ich hab gehört, das soll kostenlos sein. Jo, free to play. Echt? Ja. Ah, also ein Phantom. Na cool, viel Spaß! Muss man dann sagen, wie's rausgegangen ist. Ich halt's nicht mehr aus, ich bin gleich wieder da. Ja. Tja. 10. Wie sind das dann? 400 Dollars? Tja. 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 Frisch? Ja. instances, die sind frisch. Ach ja, Alex, die Mädels kommen ja sowieso später. Wir wollten Sushi bestellen, dann essen wir einfach so ein Sushi, oder? Wenn's denn sein muss! Wo ist er denn? Da, ich hab endlich mal Grün entdeckt! In den Tiefen des Dschungels. Oh-oh! Das wird hart! Ich komm da nie weiter, aber es macht Spaß. Ja, das ist die Hauptsache, dass es Spaß macht. Wo kommst du nicht weit? Bei PUBG? Bei PUBG komm ich auch nicht weit. Ich hatte nur dreimal ein Chicken-Dinner. Ähm, bei dem PUBG-Fun-Turnier. Das kleine grüne Österreich. Ja, ne, die Gwen ist bayerisch. Das kleine lila Österreich. Ja, genau. Die Gwen ist ein Bazi. Ich halte mich nur dezent im Hintergrund. Hm. Hm. Hm, Grün. Bisschen Action hier. Bist du mir für Schess? Warum? Ich nix deutsch. Ja, kein Problem mit. Allgemeins schaffe ich oft ein Dinner aber gerade ab dem Gruppe des Squad Games versage ich da auch. Da auch PUBG-Clans mitspielen, achso. Das stimmt. Hey, Speer, ey. Bleibt das nur bei mir so? Bei mir auch, ab und zu. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Oh, sie kriegt, sie müsste von dir in Orden kriegen, ey. Die war krass. Die hat zwei meiner Krieger getötet. Als Bauer. Ja, Lecky, dann viel Spaß beim Haushalt. Und viel Spaß beim Turnier. Wir glauben an dich, wir drücken dir die Daumen. Immer schön campen, du weißt das, in Büschen. Ah ja, und umarmt. Ja, du machst mir aber auch schon Sorgen, muss ich sagen. Ja, sorry. Wieso kann man das denn noch angreifen? Fenerg ist verloren. Oh, das ist verdammt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Es sind die kleinen Dinge, einzig... Oh, ausgelöscht! Ich bin etwas verloren. Ja. Wo was denn? Mochner Kräut! Sorry! Nyeh! Nyeh! Oh! Oh! Oh, den Son! Domo arigatobu! Ey, warum? So. Die mal mit ihrem scheißharten Winter, den können sie sich echt klemmen. Ja. Es sind die Kleinen! Einen schönen Tag! Ja, ja. Ich bin einfach so verloren. Odinson. Na, ist doch so. Oh... 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 Leck, 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 leck! Alter, Frenzy, wie weit geht denn dein Gebiet hier noch? Tja. Dir scheint es ja ganz schön gut zu gehen. Ich weiß nicht. Diese verkackten Speer, ey. Was ist das eigentlich, was hier immer über ein Wasser kreist? Für Typen. Das ist ein Seefahrer. Ich kann mal den ausbauen, wusste ich gar nicht. Aber ich kann da irgendwie mal keinen noch, also keinen zweiten reinsetzen. Warum geht das nicht? Bei mir ist da aber ein Kreuz, wenn ich das mache. Du musst die Route abhalten, also du musst die stoppen. Räuberzug, auf was er sich befindet, dann kannst du eigentlich neu reinsetzen. Ich verstehe das jetzt nicht. Warum hast du so schnell wieder so viele Füße, ich verstehe. Das verstehe ich auch, wenn ich auch mal wissen, wie das macht, ey. Ich muss mir eine Wiederholung angucken. Das ist halt chronisch kein Geld. Ich sag doch, ich sag doch nichts. Ich muss mir mal die Wiederholung angucken. Und dann, kommst du das Stream zu Ende, löschen. Bitte was löschen? Du, deine Stream-Wiederholung. Oh. Weil ich gucken will. Genau. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie nie Geld. Das ist irgendwie... Ich hab dich mir mal Gedanken machen. Ja. Wo soll ich die das hernehmen? Liebe, Liebe ist die Antwort auf alles, meine Damen und Herren. Ach so, wie lange ist das bei dir kostenlos? Das ist ja praktisch. Ha? Ähm, so. Durch, durch Liebe erlangst du auch viel Geld. Nein, das ist so. Ja. Durch Liebe erlangst du Geld. Ja, natürlich. Ich hab was von Prostitution gehört. Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich an deinen Tipp halten würde. Zu schön. Weiß jemand hier, wie man sein Skyrim Special Edition wieder zum Laufen bekommt, nachdem das Spiel wegen irgendeinem Mod abgeschmiert ist? Jetzt startet das nicht mehr, aber in der Special Edition sind die Mods ja im Spiel drin und nicht im Workshop. Da kann ich dir leider nicht helfen. Apropos Skyrim, wir haben es immer noch nicht geschafft, zu viel zu spielen. Ach so, das ist T, so? Äh, Elderscore, ist der Fall. Ja. Müssen wir auch echt noch machen. Ja, das funktioniert ja irgendwie nicht. Ich freu mich schon auf die Switch-Version. Ich hab ja schon tausendmal versucht, das geht immer nicht. Ab Weihnachten bin ich nicht mehr im realen Leben anzutreffen. So geht's mir ab Oktober. Ja stimmt, jetzt kommen ja bald die ganzen Spiele an, oder? Oh ja. Eis, fahr an mit deiner Noob Train. Ich geh doch nicht mehr weg. Ich geh doch nicht mehr weg. Was flüsterst du da heimlich rum? Ist ein Seefahrer ohne Boot dann ein Seeläufer? Nein, das ist dann Jesus. What? Nachdem die einen Hammer dabei haben, hab ich schon an irgendwie Tor oder so gedacht. Ach, war. Das ist eigentlich mein anderer Speer, ey. Das dahinten will keiner wissen. Oh, jetzt kommt ja noch so ein harter Winter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Was? Minus 64? Minus 78 Warum läufst du jetzt weg, Finch? Das wird doch Angst gemacht Womit denn? Das war nichts erschrocken Oh shit, das ist Holz Also wenn du ein Männchen hier wärst, dann würde ich ja jetzt mit Ich hab genug Was? Achso, ne 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 Ich hab jetzt aktuell 2800 Winter sollte halt nur nicht zu lange gehen Wie viel hast du? 2800 Ach du Scheiße Hast du Nahrung? Äh, Seeholz Nahrung hab ich 1200 Nein Irgendwie krieg ich meine Nahrung grad nicht mehr hoch Das verstehe ich auch nicht Wie macht Francie das mit der Nahrung, wenn die so viel Kriege hat? Die fressen ja doch die Haare vom Kopf Gut Leute, wir müssen uns mal langsam zu Ende bringen Ich hab soo Hunger, das ist unglaublich Ich sterbe Cool wie die Errungenschaft da unten nicht mehr Aber jetzt ist sie weg Jaja, ihr habt Hunger, leckt mich, ist gleich soweit Danke Gwen Was? Danke dafür, dass du meinen Späne umgerutscht hast Was? Ich hab gar nichts gemacht Das sagen sie alle Er hat sich wahrscheinlich selbst die Klippe runtergestürzt Ich glaub ich ja eh Ich glaub ich ja eh Ich krieg auch so wenig Geld, warum kriegst du wenig Geld? So Na umsteig Anja, du schöne Welt Anja, du schöne Welt Anja, du schöne Welt Was? 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 Nur noch für beide übrig Was wollen jetzt? Was machen meine Krieger da? Die gehen ins Meer Tschüss Geil Kommt wieder zurück, ihr Elenden Hoffentlich sind sie komplett weg Hoffentlich sind sie komplett weg jetzt Ja, ich bin grad echt aufs Bild gelaufen Ne, stehen sie oben wieder Wir laufen sommer dumm Du hast so leicht geleckt Ja, dezent 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 Das war Ich Nein Ich Ich Schann Ich 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 Darauf hat die Welt gewartet, Erdbeben. Durch den Marktplatz kriegt man da auch Geld dazu eigentlich. Ja. Aber nur den Markt... Ah, okay, doch. Ahem. 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 Mann, das ist bloß vorbei. Ahem. Die Sau. Was denn? Meine Bauern zeigen's dir. Ja, ja. Ja. Geil. Das find ich auch ein bisschen unübersichtlich, dass du halt da nicht bestimmte angreifen kannst. Ja. Klickt die ganze Zeit und das geht sonst wohin. Ja, das find ich auch ein bisschen blöd. G TA. Geil. Geil Duini. Ja, ja. Geil Duini. Geil Duini. Ne. Geil Duini. Ah ja, das war's wohl. Alter, warum ist die so stark, deine Schild-Mite, Alter? Ist ja unnormal. Ah ja, hat sie gewonnen. Ich krieg das halt mit der Armee da irgendwie immer nicht hin. Jetzt darfst du aber nicht böse auf mich sein, Tare. Aber wie stark die Schild-Mite ist, die haben alle raufgeknüppelt. Wie, da lebt noch ein Gegner, ja, ich weiß auch nicht, ob ich zählen konnte. Hat sich noch einer davon geschlecht, aber nicht mehr lang. Äh, ja, Gwen, da steht er immer auf. Schau dir mal ein, wie viel die aus, hey, das gibt's ja auch nicht. Deswegen machst du dir die scheiß Typen. Aber was ist denn ne Schild-Mite? Wie hast denn die gekriegt? Ähm, das ist dein Krieger. Dein Großer. Achso, das ist dein Großer. Ah. Statt deinem Häuptling. Okay. Deswegen hält ihr so viel aus. Ich hab schon gedacht so, hä? Hä? Lauf! 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 So, ja. Was kommt ihr da drin? Los, prügelt den Krieger die... Birne wei. Ah, jetzt hat sie mich. So. Wer keine Leute mehr. So, Kinder, so gewinnt man. Ehre für Herbert. Wir haben es geschafft. Wieder einmal. Gegen fünf echte Spieler. Los, Schafe! Da kommen sie, da oben rechts, kommen sie! Los! Tu es! Mit dem greife ich dich jetzt an. Ja, genau. Nee, die wollen kuscheln. Die kennen doch nicht so viel. Ab in den Stall. Kniet nieder, verplickst du. So ist es. Brennt sie nieder, brennt sie alle nieder. Lol, du spielst den Bären? Ja. Seefahrer habe ich noch. Scheiße. Naja, hat trotzdem Spaß gemacht. Wie lange ging das jetzt? Fast drei Stunden. Ja. Ja. Nö, für mich nicht. Ja, okay. Ja, schön war's. Crazy. So, da mache ich mich auch vom Acker. Okay. Und bis zum, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich hab diesmal, ich hab diesmal richtig, also, ne. Ja, hast du. Ich musste eigentlich noch mit mir spielen. Ihr wurd ja nicht gesandwiched. Ja. Genau. Ja, na dann euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal so. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. So.